Der riesige Skandal von sexueller Übergriffigkeit, sexueller Erpressung bis hin zu körperlicher Gewalt, bis hin zu Mord und Totschlag. Alles mögliche wird ihm vorgeworfen. Wenn man die gesamte Thematik durchdringt, dann kann man sicherlich feststellen, dass es das beste Material für eine weitere Folge von Illumination ist. Illumination, das Format setzt sich auseinander mit der Popkultur und stellt sich die Frage, inwiefern Popkultur macht fundamentiert. Inwiefern Popkultur dafür sorgt, dass bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zementiert werden. Oder inwiefern Popkultur dazu beitragen kann, eine bestimmte Gesellschaft herbeizurufen. Also es geht im Endeffekt um Social Engineering, also wie forme, wie gestalte, wie verändere ich eine Gesellschaft. Und dafür ist Popkultur das beste Instrument. P. Diddy ist keine kleine Figur. P. Diddy ist ein riesiger Rap-Mogul, Hip-Hop-Mogul, der seit Anfang der 90er Jahre eigentlich maßgeblich Hip-Hop und Gangster-Rap weltweit vermarktet, produziert und in Umlauf gebracht hat. Die Kernthese der ganzen Abhandlungen jetzt wird sein, dass wenn man die gesamten Umstände um P. Diddy und das System, das er aufgebaut hat, wenn man das alles verstanden hat, dann wird man verstehen, wofür Hip-Hop und Rap, vor allem Gangster-Rap installiert worden ist. Und es läuft darauf hinaus, eine weitere heilige Kuh zu schlachten. Und ich mache das auch nicht leichter Dinge. Es ist nicht so, dass ich Spaß daran hätte. Vor allem, weil ich ja selbst auf gewisse Weise, wer nicht als irgendwie Mensch mit migrantischem Aussehen in Deutschland, ich bin auch mit Gangster-Rap aufgewachsen. Und trotzdem muss man feststellen, dass Gangster-Rap ein Instrument von Social Engineering gewesen ist und dass wir jetzt eigentlich durch diesen P. Diddy-Fall ja im Endeffekt sehr eindeutig erkennen können, wie Gangster-Rap gebraucht, instrumentalisiert, erschaffen wurde, um eine ganze gesellschaftliche Schicht zu demoralisieren, zu desensibilisieren, zu fragmentieren auch. Also Gesellschaften oder Gemeinschaften, Communities wurden ja auch dadurch zerstört. Also wie Gangster-Rap benutzt worden ist eigentlich, um eine bestimmte Reaktion, um einen bestimmten Effekt zu erhalten. Wir müssen natürlich, wenn wir uns damit auseinandersetzen, uns die Frage stellen, wer war P. Diddy und was für Vorwürfe gibt es gegen ihn? Inwiefern sind sie hieb- und stichfest? Inwiefern die Musikindustrie eine Art von Virus in sich trägt, eine Art von sehr negativer Energie, die dazu führt, dass man Müll produziert von Menschen, die kompromittierbar sind. Und worauf will ich hinaus? Ich will auch hinaus, dass man sich P. Diddy nicht sozusagen als Popfigur, als großen Individualisten, als Genie vorstellen sollte, sondern man muss die Hintergründe von P. Diddy kennen, um festzustellen, dass P. Diddy eigentlich aus einer Familie, aus einem Umfeld stand, das dysfunktional war. Sein Vater wurde ermordet, als er drei Jahre alt war. Sein Vater war ein Drogenkrimineller, ein Drogendealer, der auch eine Snitch war. Er hat also gefiffen, gesungen, um seine eigene Haut zu retten. In diesem Milieu damals, er war auch mit den großen Gangster-Bossen der damaligen Zeit unterwegs. In diesem Milieu kam es nicht gut an und P. Diddy's Vater ist dann noch relativ jung gestorben. Und P. Diddy ist eben aufgewachsen in so einem dysfunktionalen Haushalt, in solchen dysfunktionaler Familie und ist dann aber trotzdem, und das ist eben spannend zu sehen, relativ früh zu großem Ansehen oder zu großer Relevanz gekommen. Was ist passiert? P. Diddy hat als unbezahlter Mitarbeiter bei A&R bei einem Plattenlabel gearbeitet und hat dann auch versucht, also es waren die Anfangstage oder sozusagen, nicht die Anfangs-Anfangstage, aber relativ früh im Hip-Hop, hat er junge Künstler entdeckt, sozusagen aus den schwarzen Communities und hatte auch einiges vorzuweisen. Aber dann gab es einen Konflikt mit dem Plattenlabel und dann wurde er gefeuert mit 23 Jahren. Und dann beginnt eigentlich der große Aufstieg des P. Diddy's. P. Diddy soll sehr intelligent gewesen sein damals oder ist immer sehr intelligent, hat sozusagen studiert auch, war ein sehr listiger, trickreicher Typ, der dann, man könnte ja auch glauben, wenn man mit 23 Jahren rausfliegt, ja, dass man dann nicht mehr viel zu melden hat, aber er konnte dann aus dem Stehgreif ja einen Plattenlabel gründen, Bad Bar Records. Und dieses Plattenlabel wurde immer größer und hat immer mehr Stars produziert, natürlich die wichtigste Figur damals, Notorious, B.I.G., Biggie, aber auch viele andere, nach und nach herausgebracht und hat sich dadurch einen Ruf erarbeitet und hat sich eine Stellung erarbeitet und ist jetzt nach 20, 25 Jahren zu einem richtigen, regelrechten Rap-Mogulen aufgestiegen. Aber nicht nur das, er ist ein Entrepreneur, er ist jemand, der Modelinien hat. Man sagt auch, er ist einer der ersten Rap-Milliardäre, also jemand, der unfassbar mächtig und reich ist. P. Diddy's Aufstieg ist eng verbunden mit Clive Davis. Und zwar muss man sich vorstellen, dass P. Diddy, als er 24 Jahre alt war und als er dann sozusagen nichts hatte, hat er dann sein Plattenlabel Bad Bar Records eben gegründet, aber mit großer Unterstützung eines sogenannten Clive Davis, der der Chef war von I&R, vom Plattenlabel, wo er vorher gearbeitet hat. Und das ist natürlich eine komische Angelegenheit. Wie kann man jemanden, den man feuert, danach unterstützen, dabei ein eigenes Plattenlabel aufzubauen? Und ich glaube, wenn man diese Dynamiken versteht, dann kann man ungefähr feststellen, worum es eigentlich geht. Und zwar, Clive Davis war ein unglaublich wichtiger Akteur im Musikbusiness, immer noch. Also der hat sehr, sehr viele große Künstler damals groß gemacht und hat einen unglaublichen Einfluss gehabt. Und er war oder ist auch homosexuell. Und damals natürlich war es nicht bekannt, aber mittlerweile hat er sich auch geoutet und man weiß, dass er eben schwul ist. Und was auch ein wichtiger Nebenaspekt ist, er ist auch ein Jude. Warum betone ich, dass er Jude war? Darüber werden wir später zu sprechen kommen. Das spielt schon eine Rolle. Der Punkt ist, dass Clive Davis dann eben den P. Diddy groß gemacht hat. Er hat eben das alles finanziert mit Bad Bar Records. Und wenn man so jemanden im Rücken hat, dann ist es natürlich leicht, etwas aufzubauen. Jetzt muss man wissen, dass Clive Davis, wie gesagt, selbst homosexuell war. Und man sagt, dass er höchstwahrscheinlich auch eine homosexuelle Beziehung zu P. Diddy aufgebaut hatte. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen der Stein ins Rollen. Denn die These, die sich daraus entfaltet, ist, dass Clive Davis jemanden aufgebaut hat, den er dann kompromittieren konnte. Das heißt, man muss sich vorstellen, das, was er mit P. Diddy gemacht hat, das hat wahrscheinlich P. Diddy dann mit allen möglichen Künstlern gemacht, die er selbst groß gemacht hat. Und zwar ist das System folgendes. Man verwickelt Menschen oder aufschrebende Künstler in homosexuelle Handlungen, nimmt es mit Kameras auf, mit Videokameras und kann dadurch die Menschen eben gefügig machen. Man hat eben dann zwei Optionen als aufschrebender Künstler. Du kannst entweder, kannst du den Deal eingehen, du lässt dich dazu hinreißen und dann gibt es ja Aufnahmen. Aber dafür ist dir auch Ruhm versprochen. Da wirst du gefördert und deine Musik wird sozusagen Land auf Land abgespielt. Du wirst ein Star, bist aber lenk- und steuerbar. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Clive Davis hat also jemanden benötigt, der einen bestimmten Charakter hatte, der vielleicht auch bestimmte sexuelle Vorlieben hatte, der auch moralisch dazu so flexibel ist, alles Mögliche mitzumachen, um dann ein System aufzubauen, worüber dann letztendlich die Popkultur oder die Rapkultur gesteuert werden kann. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn hier auf dem Kanal und grundsätzlich ist es ja immer so, dass man gerne mal kritisiert, dass wir Schwurbler sein, dass wir irgendwie über Eliten und Macht und Kontrolle und Steuerung schwadronieren, aber letztendlich keine Beweise haben, sondern einfach nur irgendwie Thesen entwickeln. Aber wir haben hier keine These. Wir haben hier handfeste Beweise über ein System. Und diese handfeste Beweisen, die sind jetzt eben vor Gericht. Und die Beweise sehen so aus, dass Piedi, die in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren immer wieder Künstler um sich geschart hat, aufstrebende Produzenten, Rapper, Musiker, R&B-Artists, auch Künstlerinnen, dann aber sozusagen diese Künstler in Situationen gebracht hat, wo sie zum Beispiel Drogen konsumiert haben, wo sie homosexuelle Handlungen begangen haben. Diese Dinge hat er auf Kamera oder auch Geschlechtsfähige Harten mit Minderjährigen, diese Dinge auf Kamera aufgenommen hat, um dann sozusagen Kontrolle über diese Rapper oder über diese Künstler ausüben zu können. Genauso wie sein Mentor, Clive Davis, wahrscheinlich, dass es sozusagen die These mit ihm gemacht hat. Dass aber Piedi dieses System aufgebaut hat, wie Jeffrey Epstein, das liegt auf der Hand. Das heißt, wir sehen hier, dass das quasi Kunst oder sagen wir anders, popkulturelle Produkte, die zirkulieren, die weltweit Relevanz haben, nicht einfach aus dem Nichts entstehen. Ja, sozusagen von der Muse, die Muse hat den Künstler geküsst und dann entsteht irgendwie ein Werk und das ist sozusagen so bahnbrechend und so rebellisch, dass es dann in der ganzen Welt sozusagen in Umlauf kommt. So ist es eben nicht, sondern es gibt Gatekeepers, ja, es gibt Wächter, die entscheiden, was sozusagen massenwirksam wird und was eben nicht massenwirksam wird. Und ich werde hier und da später auch ein paar Zitate, wenn es darum geht, was für eine Funktion Rap und Gangster-Rap hat, werde ich auch ein paar Zitate von Rappern sozusagen anführen, um zu zeigen, dass das wirklich Hand und Fest hat, also das Hieb und Schicht fest ist, diese These. Dass also man das starke Bedürfnis danach hat, das, was produziert wird, was an popkulturellen Produkten in der Welt zirkuliert, dass man das kontrollieren möchte. Und jetzt mal Butterbeidefische. Wäre es andererseits, wenn es nicht so wäre, nicht naiv zu glauben, dass einfach sozusagen Wildwuchs möglich ist, dass wir jetzt einen Garten haben, wo Unkraut überall wächst, ja, und man nicht sozusagen ganz genau bestimmte Stauden, Rosen, Obstbäume pflanzt, ja, und sie dann gedeihen lässt und dann Unkraut jätet. Das heißt, wir haben hier ein System, wo Kunst eben nicht, oder sagen wir mal anders formuliert, ja, wo popkulturelle Produkte, ich nenne es ganz bewusst nicht Kunst, wo diese Produkte sozusagen in einem, ja, in einem bestimmten kapitalistischen System sozusagen zirkulieren und andere eben nicht. Und dass die Produkte, die zirkulieren, eine bestimmte Funktion erfüllen. Und das ist eben der springende Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Ich will jetzt zwei, drei Schritte gehen. Der erste Schritt ist, dass ich versuchen will zu erklären, was für eine Funktion Sexualität spielt in diesem ganzen System. Auf der einen Seite ist es klar, P. Didi, ja, der zu sagen, äh, weiß das so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, er, sein Vater war eine Snitch und ein Drogendealer. Er selbst sozusagen, äh, hat sich in den letzten 20 Jahren unfassbar viele Verbrechen erlaubt. Also die Akten, die gegen ihn vorliegen, es gibt ja zwei, zwei Cases, zwei Fälle, einmal von, von einer R'n'B-Sängerin, die irgendwie zehn Jahre mit ihm liiert war und die unglaubliches durchmachen musste. Und auf der anderen Seite dieser, ähm, Rodney Jones, der Produzent, der in den letzten Jahren mit ihm unterwegs war, äh, der ihn jetzt auch verklagt hat. Ähm, und wie konnte man P. Didi kontrollieren? P. Didi konnte man kontrollieren durch seine Leidenschaften. Und das ist eine These, die ich immer und immer wieder vorbringe. Und, ähm, die, ähm, die, ich finde, viel zu wenig, ähm, Beachtung bekommt. Denn, wenn wir auf uns selbst schauen, in welchen unserer Instinkte oder unseren Handlungen oder unseren Wünschen und Begehren sind wir oftmals willenlos? Was ist denn eine Kraft in uns, die so stark ist, dass wir oftmals, äh, stolpern, äh, dass wir Dinge machen, die wir eigentlich nicht machen wollten? Äh, das sind oftmals sehr starke Leidenschaften in uns, ja, die, die auf das, auf die Triebe zurückzuführen sind. Und, äh, zu den mächtigsten Trieben gilt natürlich, ja, der Fortpflanzungsinstinkt, den wir haben. Also die sexuellen Bedürfnisse, Begehren und Begierden, die wir in uns tragen. Das ist natürlich, sozusagen, das perfekte Spielfeld, über, über das man Kontrolle ausüben kann. Also, wenn wir an uns selbst sehen, ja, wie das uns aus dem Gleichgewicht bringt, wie ist das dann, wenn, wenn Persönlichkeiten oder Personen, die, ja, bestimmte charakterliche Eigenschaften haben, die aus dysfunktionalen Familien stammen, was ist, wenn diese Leute dann über dieses Mittel, über dieses Instrument beherrscht werden? Ich glaube, das ist, das lief fast schon auf der Hand, dass das auf dieser Ebene, jetzt bei Piedidi zum Beispiel, funktioniert. Und man sieht ja auch, was Systeme aufgebaut hat, ja, dass Menschen über ihre Sexualität kontrolliert worden sind. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn wir das, zu sagen, reduzieren, auf bestimmte elitäre Kreise, also bestimmte, elitär heißt sich jetzt ein bisschen komisch an, also bestimmte mächtige Akteure in bestimmten, zu sagen, Milieus, Sondern, das ist ein gesamtgesellschaftliches Massenphänomen. Jeder Einzelne wird wahrscheinlich dadurch, zu sagen, versklavt, wird dadurch beherrscht. Nehmen wir nur die Art und Weise, wie wir auf diesen Fall Piedidi schauen. Wir lassen uns doch jetzt wieder, ja, die ganze Zeit von diesen Storys triggern. Wir hören uns das an, wir ziehen uns das rein, wir kriegen ein Kitzel dabei. Das heißt, wir sind viel stärker wahrscheinlich aus, uns diese ganzen Storys reinzupfeifen, als irgendwie dahinter zu steigen und zu überlegen, was passiert hier eigentlich? Inwiefern ist es eine Sache, die auf ein höheres oder ein größeres System hinweist? Inwiefern werden wir selbst kontrolliert? Inwiefern wird sozusagen unsere Aufmerksamkeit auf eine öffnete Sache gerichtet? Und das ist eben der springende Punkt. Worauf richtet sich unsere Aufmerksamkeit? Was wird bedeckt? Was wird benebelt? Was wird sozusagen, was geht verschüttt dadurch, dass immer wieder die Sexualität in uns getriggert wird? Und das ist, glaube ich, diese Hypersexualisierung der Gesellschaft, die nichts anderes ist als ein Instrument zur Kontrolle und zur Steuerung von uns selbst. Ja, was man bei diesen Kräften sehen kann, was man bei Jeffrey Epstein gesehen hat, ja, wir haben ja, was haben wir denn da gehabt? Wir haben ja Politiker, Prinzen, Wissenschaftler, also die Crème de la Crème, sozusagen der westlichsten Gesellschaft, wahrscheinlich auch der östlichen, war kompromittierbar dadurch, dass sie eben in einem bestimmten Moment ihre sexuellen Begehren nicht im Griff hatten. Das heißt, umso mehr, und das ist eben der Punkt, ja, umso mehr in einer Kultur, in einer Gesellschaft, sagen wir, Moral und Spiritualität unterminiert werden, unterdrückt werden. Und wir haben vor allem hier in westlichen Gesellschaften seit, ja, seit der Aufklärung, wenn man weit zurückgeht, haben wir das Zurückdrängen von Spiritualität und von Geist, ja, und von Moral und von Religion. Und umso weiter, sozusagen, das unterminiert wird und immer irrelevanter wird, desto leichter ist es natürlich für die entfällt es der Industrie, sozusagen, uns auf unsere Triebe, sozusagen, zu reduzieren, darauf zu appellieren und uns dadurch steuer- und lenkbar zu machen. Und das sind natürlich hochtrabende Thesen, die ich hier aufwerfe, ja, also ich rede mal Aufklärung, Triebe, Sexualität, Kontrolle. Aber was ich gelernt habe, es reicht schon aus, dass man in sich selbst hineinhorcht und sich über seine eigenen Begehren und seine eigenen Begierden klar macht. Das heißt, was triggert uns? Was reizt uns? Also, was strukturiert unseren Tag? Und wir werden oftmals, glaube ich, sehr schnell darauf stoßen, dass es Begehren, Begierden, Leidenschaften sind, ja, egal welcher Natur. Und wenn eben Moral und Spiritualität keine Rolle spielen, und das ist einfach de facto der Fall, oder das spielt fast keine Rolle in unserer Kultur, umso leichter fällt es eben bestimmten Kräften und der Industrie, uns, oder der kapitalistischen Industrie, uns sozusagen zu beherrschen über das Begehren in uns. Denn das wichtigste Spielfeld sind unsere Wünsche. Wer unsere Wünsche kontrolliert, wer unsere Begierden kontrolliert, kontrolliert uns. Und das ist eben der Punkt. Und das, was wir jetzt bei Epstein sehen, was wir jetzt bei P. Didi sehen, das ist eben eine Sache, die wahrscheinlich in der breiten Masse genauso stattfindet. Und, ja, nur sind wir nicht sozusagen direkt steuerbar insofern, als man sagt, ja, du musst jetzt sozusagen diese Lyrics spielen, du musst jetzt sozusagen diese Musik machen, du musst jetzt Gangster-Rap machen, sondern das funktioniert dann eben anders. Das funktioniert dann dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit ständig auf bestimmte Dinge gerichtet ist, ja, dass wir gar nicht nach höheren Streben, dass wir durchweg abgelenkt werden, ja, dass in uns Begierden geweckt werden, die ein System stabilisierend sind, ja, die nicht subversiv sind. Man muss auch mal grundsätzlich die Frage stellen, und das ist ja eine Sache, mit der ich mich auch in meinem Studium und später dann auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Warum ist die Welt so schlecht? Warum begehrt niemand auf? Also, warum sind alle am Träumen, also, obwohl man das Gefühl hat, die Welt geht sozusagen von Tag zu Tag weiter dem Niedergang entgegen, zumindest die westliche Zivilisation. Das liegt eben auch daran, dass unsere Aufmerksamkeit, ja, unsere Aufmerksamkeit auf das Falsche gerichtet ist. Ja, das ist sozusagen auf die ganzen Taten von B. Didi gerichtet, aber nicht auf das System dahinter, nicht, dass man das hinterfragt, dass man sich dadurch auch selbst hinterfragt. Ich glaube, die Funktion von Sexualität für die Kontrolle von Subjekten, also von Menschen und von gesamten Gesellschaften, das zeigt sich einmal mehr und sehr deutlich durch diese Fälle Jeffrey Epstein und P. Didi. Ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt. Der nächste Schritt, ja, und das ist eben die Schlachtung der heiligen Kuh, ist, warum haben das diese Akteure gemacht? Also, was für ein Interesse hatten sie Anfang der 90er, zu sagen, wir wollen die Hip-Hop-Kultur oder sagen, das Rap-Business, wir wollen es kontrollieren. Und wenn man sagt, wir wollen es kontrollieren, welche Art von Kontrolle übt man aus, um welches Produkt zu erzielen? Das heißt, was soll, zu sagen, auf den Markt kommen? Welche Musik soll zirkulieren? Und ich glaube, was man eindeutig feststellen kann, ist, dass mit, und das sind die wichtigsten Akteure NWA, also Niggas with Attitude, Eazy-E, Ice Cube und diese ersten, gefühlt ersten großen Gangster-Rapper, das mit dem Aufkommen dieser Gruppierung und vieler anderer Künstler, in Anführungszeichen, Gangster-Rap zum dominantesten Genre innerhalb des Hip-Hop-Raps geworden ist. Und das ist ganz bewusst gemacht worden. Und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Es ist nicht so, dass sozusagen einfach die beste Idee sich durchgesetzt hat, sondern es gab eindeutig Interesse daran, Gangster-Rap groß zu machen. Gangster-Rap sollte zirkulieren. Und natürlich kann man sagen, ja, wie kann man das beweisen? Oder was ist das Interesse dahinter? Und das sind eben zwei Schritte. Der erste Schritt ist, wie kann man beweisen, das Gangster-Rap? Und da gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die relativ offen darüber reden. Es gibt zum Beispiel einen, jemanden von der CIA, der gesagt hat, dass man ganz bewusst Gangster-Rap promotet hat, um die schwarze Community zu mehr destabilisieren. Man muss sich auch vorstellen, also wir kennen das ja gar nicht hier in Deutschland. Wir haben das ja nicht so ausgeprägt. Aber ich will mir gar nicht diesen Kampf der schwarzen Community gegen sozusagen das Weiße Establishment. Ich will es gar nicht vorstellen. Das sind ja alles Sprösslinge oder abkömmliche Nachkommen von Sklaven. Und dieses Erwachen der Schwarzen in den 60er Jahren, 70er Jahren, wir haben da einen Martin Luther King natürlich, Malcolm X. Dieses Erwachen wurde ja je gestoppt durch Attentate. Und wo ist jetzt dieses, sozusagen, wo sind die schwarzen Führungspersönlichkeiten? Was sind die Leader? Also was sind die Vorbilder der schwarzen Community? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann sind diejenigen, die besonders mächtig und einflussreich sind, eben Gangster-Rapper und Sportler, Athletes. Und es gibt innerhalb der schwarzen Community in den USA auch wichtige Stimmen, die auch darauf aufmerksam machen. Die sagen, dass Gangster-Rap gezielt eingesetzt worden ist, um die schwarze Community gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Denn eins kann man feststellen. Seitdem eben Gangster-Rap zirkuliert, sind diejenigen, die in die Gefängnisse gekommen sind. Das sind dieses Extrem angewachsen. Immer mehr Menschen kommen in die Gefängnisse. Und eine Verschwörungstheorie in Anführungszeichen besagt, dass diejenigen, das ist ja keine Theorie, das stimmt ja auch, dass diejenigen, die in die Plattenlabels gehören, auch diejenigen sind, die diese Private Prisons, also die privaten Gefängnisse betreiben. Das heißt, wir sehen, dass ab dem Aufkommen von Gangster-Rap, das ist jetzt eine Korrelation und keine Kausalität her, aber es ist eine interessante Korrelation. Seit dem Aufkommen von Gangster-Rap gibt es immer mehr schwarze, sagen wir mal so, immer mehr Menschen grundsätzlich, die in diese privaten Gefängnisse kommen. Und diese privaten Gefängnisse machen unglaublich viel Profit dadurch, dass immer mehr Menschen kriminell werden. Also was haben wir hier? Wir haben hier eine Musikform, die Kriminalität, Drogenhandel, Sexualität, Promiskuität, Hedonismus, Materialismus zelebriert. Und immer der Punkt, ja, das ist eine Form von Empowerment, ja. Aber ich weiß nicht, was daran Empowerment bedeutet, ist, wenn man sozusagen mit Geldscheinen um sich wedelt, ja, und protzt, dass man irgendwie sich Luxus leisten kann. Was ist daran so subversiv, vor allem vor dem Hintergrund einer kapitalistischen Gesellschaft? Also, dass man sozusagen den Materialismus feiert. Im Endeffekt ist es ja nur, ja, dass wir selbst sozusagen durch unsere Kunst, ja, die Ideale, die Kapitalismus sozusagen uns vorhält, wie so eine Karotte, wie selbst die zu schaustellen und sagen, das ist sozusagen der Ausweg aus der Misere, nur noch größerer Kapitalist zu sein. Also, das ist ja nicht eine Musik, die dazu führt, oder eine Erzählung. Das sind ja Geschichten, die zirkulieren. Das sind ja keine Geschichten, die zirkulieren und dazu führen, dass die Menschen für ihre Community einstehen. Ja, dass die Menschen Schulen bauen, Krankenhäuser, dass sie quasi gemeinsam wichtige und große Ideale sozusagen an den Tag legen, um tatsächlich etwas an dem Misere, den Verhältnissen zu verändern. Im Gegenteil, ja, was man erreicht, ist quasi Sozialdarwinismus innerhalb eines bestimmten Milieus. Weil Rapkultur, worum geht es da? Das ist dann auch extrem sozialdarwinistisch. Und ich weiß, das ist jetzt für viele, das Schlachten einer heiligen Kuh. Selbst in Deutschland hat man ja Gangsterrap und man hört es, man feiert es und das ist ja auch so eine Art von, ja, die Musik der Migranten. Aber wenn man sehr nüchtern an die Sache herangeht und einfach nur schaut, was das Ergebnis ist und was tatsächlich sozusagen gefördert wird, dann sind es eben nicht gute Dinge, Dinge, die für die Gemeinschaft zielführend sind oder sozusagen gewinnbringend sind, sondern das sind Dinge, die zersetzend sind. Materialismus ist zersetzend. Und der Punkt ist ja auch, Materialismus und dieser exzessive Materialismus, der durch Rap zu sagen breitenwirksam gemacht wird und zelebriert wird, das ist nicht etwas, was eben der Gemeinschaft zugute kommt, sondern das ist etwas, was individuell zerstört und kollektiv natürlich auch zerstört. Und wir hinterfragen das ja auch fast gar nicht mehr. Wir hinterfragen auch unsere Ideale nicht mehr. Also wofür stehen wir ein? Für was kämpfen wir? Das hat ja überhaupt gar nichts Gemeinschaftliches mehr, sondern es ist einfach nur sehr individuell. Eder schaut, dass er sozusagen das meiste Hack bekommt für sich, vielleicht noch für seine Clique und für seine Mutter, die ist sowieso die Größte, aber darüber hinaus ist da eigentlich nichts von Substanz. Und wir wissen ja von sehr vielen Untersuchungen, dass das, was Menschen glücklich macht und was Zufriedenheit gibt, nicht Geld und Materialismus sind, sondern das sind vor allem soziale Beziehungen, funktionierende Gemeinschaften, guter Austausch, das Gefühl zu sagen, irgendwo da zuzugehören. Versucht es eben in so kleinen Milieus, Aber wenn schon dieses Gift von Kriminalität und die eine Hand wäscht die andere zwar Einzug gehalten hat in einer Community, dann weiß man, dass das alles nur Zweckgemeinschaften sind zwischen diesen sogenannten Brüdern. Nicht umsonst gibt es so oft Verrat innerhalb dieser Zirkeln, weil wenn du sozusagen gemeinsam das Ideal hast, so viel wie möglich zu bekommen, dann fällt es auch sehr, sehr leicht, wegen eben diesen Werten und Idealen andere sozusagen über den Tisch zu ziehen. Und das ist die Realität in diesen Gemeinschaften. Also keiner kann mir erzählen, dass das funktionierende Milieus sind, sondern es sind extrem instabile und für das Individuum und für das kollektiv zerstörerische Gesellschaften. Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist letztendlich das, was so jemand wie Ice Cube zum Beispiel auch gesagt hat. Ice Cube war jemand, der gehört zu den wichtigsten Gangster-Rappern auf der ganzen Welt. Also ein Rapper, der bei NWA eben mit im Team war. Und er hat sogar in einem Interview gesagt, dass die CIA dafür Sorge getragen hat, dass bestimmte Musik zirkuliert und bestimmte Musik nicht. Das heißt, es gibt Gatekeepers, Wächter, die dafür Sorge tragen, welche Musik in der Masse Verbreitung finden soll und welche Musik einfach irrelevant bleibt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich immer wieder anführe, auch wenn es um Parteien geht. Du kannst eine Partei gründen. Wenn die Medien oder wenn das Establishment nicht möchte, dass du groß wirst, dann wirst du nicht groß, selbst wenn du nur Geld hast. Und wenn man möchte, dass man groß wird, dann wird man auch groß. Und genauso ist es auch bei der Musik. Und Ice Cube hat eben gesagt, die CIA hat dafür Sorge getragen, dass bestimmte Musik eben groß wird. Und dann hat der Bill Burr, war das der, Bill Meher war das, glaube ich, der gesagt hat, ja, aber die CIA hat ja nicht eine Texte geschrieben. Da hat er gesagt, nein, das nicht, ja. Aber man wusste eben, welche Texte jetzt gefragt sind. Weil dann kommt eben der Produzent, da kommt das Label und sagt, wir brauchen genau dieses Zeug. Wir brauchen, das ist der heiße Scheiß jetzt. Und wir brauchen das. Und deswegen müssen wir das jetzt schreiben. Und dann haben die dem sozusagen genau das gegeben. Und dann hat man das groß gemacht. Und andere Dinge hat man nicht groß gemacht. Conscious Rap, oder wie Bela schon mal sagte, Müsli-Rap und diese Sachen, die sind alle in der Versenkung fast schon verschwunden. Oder die fristen so Nischen da sein. Wird auch teilweise verlacht. Aber das war auf gewisse Weise schon Bewusstseinserweitern oder gesellschaftskritisch. Wo findet das denn jetzt noch statt? Tatsächlich wird sozusagen auf allen Kanälen Gangstar-Rap oder Drogen-Rap zelebriert. Und sozusagen dieser zerstörerische Lifestyle, der mit Drogen und Kriminalität einhergeht, der wird glorifiziert. Da muss man sich vorstellen, dass man da mitmacht. Dass man das auch sozusagen akzeptiert und annimmt. Und dass man das nicht hinterfragt kritisch. Ja, was passiert hier eigentlich mit mir, wenn ich das Ganze konsumiere? Hat das irgendwie einen Einfluss auf mich? Da ist es eben auch so dieser Trug. Und das sehe ich auch bei anderen Videos, die ich bei Illumination mache. Dass man sagt, ja, das ist doch nur ein Film. Das ist doch nur eine Erzählung. Man muss doch nicht immer so eine Theorie sozusagen entwerfen und irgendwie eine Verschwörung wittern. Und ich glaube, das ist so naiv. Das ist so unglaublich naiv zu glauben, dass diejenigen, die Interesse daran haben, Gesellschaften zu steuern. Und wenn, guck mal, ich bin Familienvater und ich habe Interesse daran, meine Familie zu steuern auf gewisse Weise, weil du kannst auch nicht quasi alles einfach sozusagen freilassen. Also natürlich versucht man diesen Mittelweg zu gehen. Auf der einen Seite, das hat Goethe gesagt, du musst Kindern Wurzeln und Flügel geben. Das ist ein gutes Sprichwort. Das versuche ich ja auch. Aber du musst natürlich Schranken sozusagen setzen und du musst sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Rituale sind zum Beispiel ganz wichtig. Und viele andere Dinge wissen wir aus der Erziehung, dass man einfach nicht alles laufen lassen darf. Und wenn ihr jetzt sozusagen euch vorstellt, ihr seid diejenigen, die fast schon gesamte Gesellschaften beherrschen und ihr seid sozusagen diejenigen, die entscheiden können, was sozusagen an Erzählungen, das sind Erzählungen, Geschichten, Zirkulierungen, was nicht zirkuliert. Würdet ihr nicht Interesse daran haben, ganz genau zu sagen, zu kontrollieren, was sozusagen in der Masse ankommt und was nicht? Und wie gesagt, die Leute kritisieren das und sagen, das ist Verschwörungstheorie. Aber wir haben das doch jetzt schwarz auf weiß hier. Wir haben doch schwarz auf weiß, wie so ein System funktioniert, dass man Leute sexuell kompromittieren kann, indem man Aufnahmen hat und dann zu sagen, dafür Sorge trägt, dass eine bestimmte Form von Musik zirkuliert, und eine andere eben nicht. Das ist doch nichts anderes als Social Engineering. Und weil man eben weiß, und das ist der springende Punkt, man weiß eben, wie mächtig Musik ist und wie mächtig Filme sind. Über Filme habe ich oft geredet, über Musik weniger, aber über Musik können wir auch lange reden. Und der Punkt ist, und ich habe letztens irgendwo gehört, ich fand das sehr spannend, Musik ist die Sprache des Herzens. Das heißt, man muss oftmals noch nicht mal ganz genau verstehen, was da eigentlich gesagt wird, aber allein sozusagen die Musik, plus sozusagen einfach das, was geredet wird, irgendetwas bewirkt es in uns und das verändert uns sozusagen als Persönlichkeit. Das formt uns unseren Charakter, unser Wesen. Und man kann auch sozusagen geistesgeschichtlich herleiten, warum das der Fall ist. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen ganz allein dastehe und sage, Kunst ist wahrscheinlich jetzt das mächtigste Instrument, um den Charakter und die Moral der Menschen zu formen, sondern Philosophen haben schon vor hunderten Jahren erkannt, dass mit dem Wegfall der Religion die Kunst an die Stelle der Religion angelangt ist, und die Kunst mehr oder weniger die Funktion der Religion erfüllt. Und was hat die Religion früher gemacht? Die hat die Moral geformt, die hat sozusagen Gemeinschaft gebildet, durch Rituale, durch sozusagen Sakramente, durch bestimmte gemeinschaftliche Zeremonien, hat man sozusagen gesamte Gesellschaften geformt und vor allem auch moralisch geprägt. Ich weiß, da wurde viel Stinten-Uda getrieben, Ablassbriefe, Kontrolle der Massen in jeder Religion, auch Kriege und Mord und Hotschlag, ich will das alles so schön reden, aber was wir feststellen können, ist eins, Religion hat Moral, Charakter, Sitte, Bräuche, Überrituale und Glaubenssysteme geprägt, geformt. Und Religion spielt für die meisten Menschen keine Rolle mehr. Aber zu glauben, dass alle diese Funktionen und Dinge irrelevant sind, das ist, glaube ich, naiv. Denn was haben wir denn jetzt? Wir haben wieder, und was haben denn Religionen? Religionen haben auch Geschichten, oder? In den ganzen Offenbarungswächsten haben wir ja Geschichten vorliegen. Was haben wir denn jetzt? Wir haben wieder Geschichten, die wieder von Propheten, Anführungszeichen, von diesen Stars, zu sagen, verkündet werden. Und das ist die Musik, die ganzen Songs, die ganzen Texte. Und sozusagen, in gemeinsamen Zeremonien, in Ritualen, in gemeinschaftlichen Zusammenkünften, auf einem Konzert, auf einem Rave, auf einem Festival, oder auch nur zu Hause, in den vier Wänden mit anderen Freunden, oder auch individuell, wird sozusagen diese Erzählung konsumiert, um eben das Bewusstsein auszubringen, sich formen zu lassen. Weil wir unser Bewusstsein, sozusagen, dadurch verändern, indem wir diese Dinge konsumieren. So wie Religion früher uns geformt hat, formt uns jetzt eben Kunst, in Anführungszeichen. Popkultur, aber auch hohe Kunst. Meinetwegen auch Literatur. Aber wichtig ist, es sind Erzählungen, es sind Geschichten, die das Herz angreifen, beziehungsweise das Herz in Beschlag nehmen, und eben nicht nur die Vernunft. Wenn du ein Sachbuch liest, dann ist sozusagen die Ratio die Vernunft. Wenn du über einen Film guckst, wenn du Musik hörst, dann geht es direkt ins Herz. Und das verändert dich. Auch sehr subtil manchmal. Und über Jahre hinweg. Und wenn man dieses mächtige Instrument, zu sagen, kennt, wenn man weiß, wie wichtig es ist, um Massen zu beherrschen, warum sollte man das dann nicht in die Hand nehmen? Ich würde es machen. Und diese Menschen haben es auch gemacht. So ein Clive Davis, dieser Musik-Mogul, der dann sozusagen seine Marionetten einspeist. Und der dann die Menschen, dann diejenigen, die er selbst kontrolliert, als Puppenspieler benutzt, um andere Menschen zu sagen, das machen zu lassen, was sie machen sollen. Kontrolle. Kontrolle über das Narrativ. Kontrolle über die Geschichten, die zirkulieren. Ich habe irgendwann gesagt, dass dieser Clive Davis von A&R der Mogul jüdischen Hintergrund hat. Und der ein oder andere mag aufgezuckt sein. Jeffrey Epstein wissen wir ja auch, dass das auch bestimmte Kräfte waren, die sich selbst vor allem auch als jüdische Gruppe verstanden haben. Diese Mega-Group, die dem Hintergrund gewirkt hat. Und interessanterweise muss man feststellen, dass das System der sexuellen Erpressung von einem jüdischen Gangster namens Meyer Lansky, sind ein jüdischer Mob-Führer, in den, muss man überlegen, das war, also, also, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von ihm wurde dieses System der sexuellen Erpressung erfunden. Und die Story, der dahinter, die ist eigentlich super interessant. Und zwar, muss man, um die Story zu verstehen, wissen, dass J. Edgar Hoover, der eigentlich der Godfather of FBI, also der hat sozusagen die Vorgängerorganisation des FBI, hat er angeführt und danach über Jahrzehnte entwächst FBI, wir reden hier von Prohibitionszeit 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, bis Anfang der 70er hat er eigentlich sozusagen diese Institution geführt. und dieser J. Edgar Hoover, er war auch schwul, was damals natürlich noch viel, viel, Anführungszeichen, schlimmer war, als, also vor allem in dem Milieu damals, als heute. Aber, was man eben weiß, ist, dass dieser Meyer Lensky, das war ein jüdischer Mob-Führer, also der größte Gangster vielleicht der damaligen Zeit, dass er hatte kompromittierende Fotos von J. Edgar Hoover, bei, ja, bei homosexuellem Geschlechtsverkehr, also ich glaube, es ging darum, Oralverkehr. Und, das war natürlich das beste Material, um eben so eine wichtige Figur, Chef des FBI, erpressen zu können. Man weiß, niemals würde jemand, würde der J. Edgar Hoover etwas gegen Meyer Lensky unternehmen, weil er ganz genau weiß, dass das dann an die Öffentlichkeit kommt und seinen Huf und seine Karriere ruiniert sein würden. Aber was hat sich der Edgar Hoover dabei gedacht? Er hat sich gedacht, naja, wenn ich jetzt schon, sozusagen, kontrollierbar bin von diesem Meyer Lensky, jüdischer Gangsterboss, warum nutze ich nicht dieses System für mich selbst? Und tatsächlich hat er dann, zusammen mit diesem Meyer Lensky, ein System installiert, in dem er, in dem er, ja, immer, also alle möglichen, wichtigen Figuren, in, ja, in sexuelle Taten verwickelt hat und die dann aufgenommen hat, um diese Leute erpressen zu können. Das, was wir bei Epstein sehen, was wir bei Clive Davis wahrscheinlich, sozusagen, feststellen müssen, was offenkundig ist bei, bei P. Diddy, ähm, das war eben schon damals der Fall bei J. Edgar Hoover beim FBI. Ähm, und, äh, Ursprung hat das eben bei diesem, äh, bei dieser jüdischen Mafia. Und das ist schon bezeichnend. Und jetzt natürlich, vielleicht zum Abschluss sich die Frage zu stellen, warum funktioniert es denn so gut und was für eine Rolle spielt die Homosexualität in der ganzen Geschichte? Ich glaube, das liegt mehr oder weniger auf der Hand. Der Punkt ist, dass, ähm, Homosexualität ja mittlerweile nicht so weit, nicht so, nicht so, also nicht so, ähm, marginal ist, sondern ist schon relativ weit verbreitet. Und, äh, du kannst aber homosexuelle Handlungen erst dann, zu sagen, zu einem Instrument der Kontrolle machen, der, der Erpressbarkeit, äh, wenn man das in einem Milieu einsetzt, in dem Homosexualität stigmatisiert ist. Und das ist eben im Rap-Business oder im Rap-Hip-Hop-Milieu der Fall. Das heißt, äh, man muss auf gewisse Weise in diesem Milieu immer noch Homosexualität schlecht reden, ja, mit einem Stigma versehen und, äh, eine sehr maskuline Kultur der Heterosexualität vermarkten und glorifizieren und, äh, groß machen, weil man dann eben Homosexualität als Stigma einsetzen kann. das heißt, in einer Kultur, bei Woken, ja, wenn Leute homosexuelle Taten beginnen, dann kannst du sie nicht erpressen, aber wenn Rapper zu sagen, in homosexuelle Dinge verwickelt werden und die dann, äh, aufgenommen werden, dann ist so das beste Mittel, um jemanden erpressen zu können. Und dass genau das eingesetzt wurde, ja, das wissen wir vom letzten Fall von Rodney Jones, dem Produzenten, der die letzte Klage eingereicht hat. Und da gibt es auch ganz, ganz konkrete, äh, Bildmaterial, wie zum Beispiel P. Didi ihm immer wieder zu sagen, äh, dazu genötigt hat, äh, ja, sexuelle Handlungen mit ihm zu begehen und ihm dann gesagt hat, dass Homosexualität im Rap-Milieu etwas völlig Normales ist. Äh, und dann hat er ihm sogar Videoaufnahmen von, äh, Stevie G gezeigt und der Stevie G ist der, ist eine Art, äh, Vorbild von, ähm, Rodney Jones gewesen, äh, und nur um ihm zu sagen, dass es völlig normal ist, ja, wenn man diese Dinge macht, ja, unter, unter Männern, Anführungszeichen, ähm, und das liegt alles schwarz auf weiß vor. Und vielleicht als allerletzten Aspekt, ja, wenn man über die Homosexualität innerhalb der Männerwelt nochmal nachdenken, äh, will, warum es als Instrument von Macht und Kontrolle eingesetzt wird. weil ich glaube, es nicht nur um sexuelle Lust geht, sondern es ist auf gewisse Weise wie in einem Gefängnis. In einem Gefängnis sind diejenigen, ja, die andere vergewaltigen, also in einem Männergefängnis, die verstehen sich selbst nicht als homosexuell. Es geht primär auch nicht immer um Lust, sondern es geht da auch um Dominanz und um Kontrolle. Dass derjenige, der vergewaltigt, Dominanz, sozusagen, über den anderen ausübt und, sozusagen, ihn beherrscht und kontrollieren kann. Und auf gewisse Weise funktioniert das auch oft innerhalb dieses Rap-Business, dass, sozusagen, derjenige, der den anderen vergewaltigt oder, beziehungsweise, sozusagen, sexuell dominiert, Macht über ihn ausübt. Das heißt, wir haben, sozusagen, diesen extrem sozial-darwinistischen, sozusagen, Konkurrenzcharakter innerhalb dieses Milieus, was mehr oder weniger, ja, zum Ausdruck kommt, auch durch diese Form der sexuellen Dominanz durch, sozusagen, ja, Akte der Homosexualität. Der Thai sagt jedes Mal, ich soll positive Dinge erwähnen. Aber wenn ich ehrlich bin, das einzige Positive, was man sehen kann, ist, dass es immer gut ist, ein reinigendes Gewitter zu haben. Ich habe im letzten Video über den Niedergang des Westens gesprochen, ja, und, ähm, es ist eine Erzählung gewesen, es ist eine Interpretation, und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass Jeffrey Epsteins, äh, ganzer Apparat eben aufgeflogen ist und, ähm, Leute immer mehr wissen, wie, wie Macht funktioniert und wie Kontrolle funktioniert und wir das Gleiche jetzt auch sehen innerhalb, sozusagen, äh, der Musikindustrie und wahrscheinlich ist es ja nicht nur auf, auf das Rap-Business zu beziehen, sondern man kann es wahrscheinlich auch auf andere, ähm, äh, Genres übertragen, äh, wenn wir also bedenken, dass das jetzt immer offener wird und Menschen immer, wir wissen, wir sehen immer mehr, wie das funktioniert, dann, dann ist es ja auch auf gewisse Weise so eine Art von Apokalypse, ja, die Apokalypse ist ja auch die Offenbarung oder die Offenlegung, das heißt, ähm, es wird immer deutlicher, zu sagen, wie das System funktioniert und, ähm, das hat zwei Seiten, ja, einer Medaille. Die eine Seite ist negativ, ja, die eine Seite, ist ein weiteres Indiz dafür, dass man eigentlich, äh, dem Niedergang des Westens entgegensehen kann. Denn was, was passiert ist, dass quasi Institutionen, und ich würde auch sagen, dass sozusagen die Musikbranche, weil sie so wichtig ist, wie so viele Menschen, ja auch eine Institution darstellt, die Gesellschaft und Gemeinschaft und Individuum formt, vor allem junge Menschen formt und wenn man weiß, dass so die Helden, dass die eigenen Helden eigentlich, ja, so liederliche, unmoralische, äh, Charaktere sind, die, die alles Mögliche an Gewalttaten begehen und, und das ist einfach so ein sehr ekelhaftes Milieu ist, äh, und was, was da für Verstrickungen, äh, zu sehen sind. Und wenn man damit konfrontiert wird, dann findet eine Art von Entfremdung statt. Für mich ist es ein weiteres Indiz dafür, dass wir dem Niedergang des Westens eigentlich zusehen können, ja, weil, weil, äh, wir verlieren ja immer mehr Vertrauen in, in den, ähm, Kräften, die unser Weltbild eigentlich, ähm, zementieren. Also, was, was formt unser Weltbild? Ja, ist Politik, für manche, manche einen auch, das ist sein Verständnis als Rechtsbürger, ähm, ähm, mit Freiheiten, et cetera. Ähm, aber natürlich ist es auch Kunst, Musik, ähm, das, was wir hören, was wir sehen, die Erzählungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und wenn man weiß, sozusagen, in welchem Sumpf das alles eigentlich, sozusagen, äh, gedeiht, in Anführungszeichen, dann ist das natürlich etwas, was viele Menschen, äh, entfremdet von dem, man, man, man fühlt sich abgestoßen. Auf der anderen Seite ist es, aber auch eine Chance, eine Chance für ein neues Bewusstsein, eine Chance für das, für ein Verständnis, für Verstehen. Das heißt, äh, durch eine Offenlegung gibt es immer zwei Möglichkeiten, ja, entweder man, man verzagt, ja, und man wird nihilistisch und das ist auch so ein wichtiger Aspekt, ja, also der Nihilismus, der auch, sagen, durch diese Musikkultur, durch Rap und Hip-Hop, eben, äh, an die Masse gebracht wird. Dieser Nihilismus, den kann man, auch überwinden, indem man, die Sache durchdenkt und mit einem neuen Sinn bekleidet. und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die man hat, dass man sich die Frage stellt, okay, wenn das etwas ist, was zerstörerisch ist für das Individuum, ja, und für Gemeinschaft, gibt es denn vielleicht eine Alternative, ein alternatives Weltbild, ein alternatives System, ähm, oder wenn man versteht, dass Rap und Hip-Hop mit, mit Vorsicht zu genießen sind und man weiß, wie zerstörerisch das sein kann für einen selbst, ob man dann eventuell nicht viel reflektierter damit umgeht, ja, und dass man eben darüber nachdenkt, was man sozusagen an sein, an sein Ohr herankommen lässt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ist Bewusstsein dafür zu sagen, was man sieht und was man hört und dass das nicht einfach, äh, es ist, guck, wir wissen es ja, das habe ich so oft schon gesagt, ja, wir wissen das doch, wenn wir, wie wir uns ernähren, was für einen Effekt das hat auf unsere Körper und auf unsere Gesundheit, ähm, aber wir machen uns die Gedanken über sozusagen unsere geistige oder psychische Gesundheit und dass die eventuell beeinflusst werden kann durch die Dinge, die wir sehen, hören, also durch die wir, also das, was wir mit unserem Geist konsumieren, das ist genauso Konsum, ne, das sind ja auch, ähm, Dinge, die auf uns einprasseln. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt wahrscheinlich, wenn wir uns ernähren, selbst dann wissen wir nicht, zu sagen, was da in uns passiert. Wir wissen, wir brauchen so lange, um festzustellen, dass zum Beispiel für den einen oder anderen bestimmtes Gemüse sehr schädlich ist. Ja, also ich muss zu dir selbst sozusagen erfahren, dass wenn ich zu viel Gemüse esse, ja, dass es mir nicht gut tut und dass wenn ich viel rotes Fleisch esse, dass es für mich gut ist, für meinen Körper. Und wie lange hat man gebraucht, ja, um sozusagen auch das, was man jahrzehntelang gelernt hat oder was man indoktriniert bekommen hat, zu, äh, zu überwinden und dann alternative Wege zu gehen. Aber jetzt bedenkt mal, dass wir so viel uns Gedanken machen über Ernährung, so viel studiert haben über den menschlichen Körper und über diese ganzen Zusammenhänge und bedenkt mal, inwiefern wir das Gleiche gemacht haben in Bezug auf die geistige Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das heißt, das ist doch auch Nahrung, aber für den Geist. Und die Frage ist zu sagen, inwiefern das uns auch belastet. Und das ist eben der springende Punkt. Wenn wir schon bei der Ernährung so Schwierigkeiten haben, obwohl das so gut studiert ist, dann haben wir eigentlich, wenn es um Erzählungen geht, um Wortfetzen, um Musik und Filme und Storys und Bilder, die auch vor allem auf unser Unterbewusstes einprasseln. Da haben wir so gut wie keine Chance, wirklich festzustellen, was da passiert. Das heißt, es ist sehr schwierig, tatsächlich zu wissen, also inwiefern es mir schadet, wenn ich bestimmte Dinge konsumiere. Da braucht man schon einen sehr, sehr guten Zugang zu sich selbst. Und viele betäuben das ja. Also viele sind nicht dazu in der Lage, sagen, einen gesunden Zugang zu der eigenen Psyche oder zum eigenen Wesen herzustellen. Ich will gar nicht zu esoterisch klingen, weil man einfach ständig sich betäubt. Man hat ja keine fünf Minuten in Ruhe, sondern man ballert sich ja irgendwelchen Content rein die ganze Zeit. das Handy ist immer griffbereit. Aber man, was man nicht macht, ist zum Beispiel etwas zu gucken und dann darüber nachzudenken oder zu reflektieren, was gerade in meinem Gefühlsleben passiert, ja, in meiner Psyche. Geht es mir besser? Geht es mir schlechter? Was für habe ich negative Gedanken? Habe ich positive Gedanken? Bin ich freudig? Fühle ich mich leicht? Fühle ich mich schwer? Also es ist ein wichtiger Punkt, ja. Fühle ich, habe ich einen düsteren, zu sagen, ähm, also, Gangster-Rap. Ich komme wieder ins Schwadronieren so ein bisschen, aber es ist wichtig. Ich habe auch Gangster-Rap konsumiert. Und Gangster-Rap hat natürlich diese Power, ne, wenn man ballert das und dann, wie immer man auch Sport macht oder man Auto fährt auf der Autobahnstelle, dann kann es schon einen pushen und es gibt einen Kick, ja, und das ist eben dieses Short-Term-Gratification, ja, das ist, gibt dir etwas sofort. Aber, hat man auch reflektiert und verstanden, was eigentlich danach passiert? Ist man ein positiverer Mensch? Ist man ein Mensch, der das Gefühl hat, okay, ich schaue gerne in die Zukunft, ich habe Ziele, und die nicht sozusagen Drogen verkaufen oder der Größte zu sein, also auf der Straße zu tun haben. Und, ähm, dieser Zugang zu sich selbst, zu der eigenen Psyche, ähm, das geht, das haben wir verlernt, dadurch, dass wir uns ständig betäuben. Aber, und das ist eben zu sagen, der gute Abschluss heute nur für Tahir, weil er es unbedingt möchte, ich glaube, diese Form von Offenlegung ist eine Art von Apokalypse, eine Offenbarung. Man weiß jetzt, sozusagen, wie die Dinge funktionieren und man kann viel bewusster darüber nachdenken, ob man bestimmte Dinge an sich herankommen lässt. Denn wenn man weiß, dass bestimmte Kräfte Social Engineering betreiben, in dem man eben Gangster-Rap groß gemacht hat, äh, wenn man, wenn man fast schon, ja, offenkundige Beweise dafür hat, dass man ein Gatekeeper hat, die bestimmte Musik zirkulieren lassen möchte und andere nicht, da muss man sich die Frage stellen, ob man wirklich sozusagen, der, der, das Versuchskaninchen sein möchte, oder derjenige, der manipuliert wird von diesen Kräften, oder ob man viel bewusster an die Sache herangeht und wirklich, ja, immer wieder reflektiert, was passiert eigentlich, wenn ich jüdiger konsumiere. Der Mensch ist freigeboren, doch überall liegt er in Ketten. Lässt er seinen Geist verkümmern? Seine Gedanken manipulieren? Oder folgt er seiner Bestimmung? Die Macht ist groß, aber aufgeben, kein Umzug. Es lebe der Widerstand, durch dich, mit uns, für euch, so öffnen sich Türen, wie unsere Augen und Herzen. Willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017